Moin Leute, um was geht zu diesem Hobby? Das gab ja nichts von einem Gefallen, das ist ein bisschen, nee, Arsch, was? Einfach, hier mal, das ist die Tüte. Hier auch nochmal der Kassenzettel. Kosten 8 Euro. Hier, ich frag mich, warum ich das zu hatte. Einfach mal so, falls da irgendetwas raus steht, wenn ich es eh noch nicht durchgelesen hab. Vielleicht so. So, das ist ja richtig, einfach mal hier so. Wir machen hier einmal Mauersteine, wie jeder kennt, dann noch in Rot. Dann noch weiße Teile für das Suchi-Restaurant. Warte mal, wo ist denn das? Hier. Ich weiß, sieht nicht gut aus. Das soll aber nur die Hinterseite werden vom Suchi-Restaurant. Also, nee, ja, liefern das nicht. Ja, dann hier noch, kennt jeder. Habe ich auch schon mal kaputt gemacht. Oha! Sind die neu? Ja. Oha! Also, ganz gut. Oha, hier meine Lieblings-Teile-Teile. Cut-Lates! Kann ich mal richtig aussprechen. Wenn ihr denkt, meine Finger, warum sind die so? Meine Kette ist heute abgefallen vom Fahrrad. Das wäre toll, immer das Werkzeug zu geben, wenn man Fahrrad fahren soll. Oder immer noch innen. Eigentlich Brunenspaß, würde ich mal sagen. Ein dunkleres. Oh, auch neu. Dann hier noch innen. Oder habe ich halt noch nie. Sieht irgendwie so aus, als wäre das für's Schneemock. Ja, okay. Hier, Digga. Schon zwei Minuten. Alter. Ja, was ich dann hier noch die Tanks. So, und dann fangen wir mal ein paar Tassen noch. Oh, und ein Orange. Dann noch das. Und werde ich auch einsortieren. Dann hier noch das. Wird ein bisschen lange dauern, wenn ich da draußen ein Video machen würde. Also außen einsortieren. Also, ich mache gerade momentan nicht so viele Videos. Es werden auch wahrscheinlich jetzt nicht immer regelmäßig keine Videos kommen. Also nur Shorts. Regelmäßig. Jeden Tag. Ja, deswegen. Also. Hier habe ich ja ein paar Tage. Da steht irgendwie machen wir Videos nicht so fett spart. Aber Shorts machen ja schon Spaß. Ich habe das halt auch ganz schnell manchmal gedreht. Kommt drauf an, was du schön hast. Und jetzt kriegst du auch eine größere Reichweite. Komm mal hier. Die hier. Hier. So die Themen. Handy Halterung. Das Neueste. Vom Neuesten. Ja, und ich will euch das dahinter nicht zeigen. Das ist so alles unordentlich. Hier auch. Wenn es nicht so ungehört ist, hier aber. Da fliegt ein bisschen Zeit. Also ist eigentlich nicht so fett. Und dann noch Pyramiden. Das war ein Stück vom Weinzimmer. Noch drei Minuten. Also ich würde mal sagen jetzt, dass wenn ich. Ja, fünf Minuten hole. Hatte ich ja. Zehn Jahre hole machen. Würde ich sagen. Das war's von diesem Hole. Und dann. Tschüss.